2.000 Euro Monatsrente, ein Traum für jeden Rentner? 3.700 Euro Durchschnittspension für Beamte, Realität? Ist das in Ordnung? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Laut dem Bundesamt für Statistik gab es im Jahr 2021 1,74 Millionen Beamte, die Pensionsansprüche haben, also pensioniert sind. Diese Zahl erfasst alle Bundes-, Landes- und Kommunalbeamten. Im Jahr 2021 hat der Fiskus aus seinem Staatshaushalt 77,28 Milliarden Euro für Pensionszahlungen gezahlt. Dazu kommen nochmal viele Millionen oder vielleicht auch viele Milliarden Euro für die Beihilfe als Krankenfürsorge des jeweiligen Dienstherrn zugunsten des entsprechenden Pensionsempfängers. Dividiert man jetzt die 77,28 Milliarden Euro durch die 1,74 Millionen Pensionäre, dann kommt man auf eine Jahrespension 2021 in Höhe von 44.413 Euro für einen Beamten. Das macht monatlich 3.701 Euro Durchschnittspension aus. Im Gegensatz dazu werden gesetzlich Versicherte nach aktuellem Stand 2021, 2022 nicht einmal ansatzweise eine Durchschnittsrente von 2.000 Euro, geschweige denn 1.400 oder 1.500 Euro haben. Das erreichen im Regelfall meistens, ich sage das jetzt mal ganz vorsichtig, Männer mit 45 Jahren Wartezeit und hohen Verdiensten. Die erreichen eine Rente, die sich so in Richtung 1.500, 1.700, manchmal auch sogar 1.800 Euro im Schnitt bewegen. Aber die Durchschnittsaltersrente in Deutschland ist wirklich, man kann sagen, lächerlich gering. Dieses Zahlenbeispiel belegt aus meiner Sicht eindrucksvoll die Überversorgung von Beamten. Sie belegt aber auch, dass es dringend notwendig ist, dass auch unter Einbeziehung von Beamten eine umfassende Erwerbstätigkeitsversicherung in der gesetzlichen Rente eingeführt wird. Die Bundesrepublik Deutschland und seine Steuerzahler, dazu gehören wir auch, auch die Beamten zahlen, sind auch Steuerzahler. Aber die Masse der Bevölkerung zahlt letzten Endes die Beamtenpensionen, können sich zwei megateure Altersversorgungssysteme nicht mehr leisten. Ich sage, es ist schon längst fünf nach zwölf. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Vielen Dank.